Und für deine klaren Worten, warum finden wir uns heute, kurz vor Ostern zum Teamkirchstück zu sein? Ah ja, wir brauchen alle! Pro Ostern, wir gehen ran! Morgen! Man muss äh... Man muss Gäste feiern, wie sie feiern, würde ich sagen. Man muss sie mitnehmen, immer wenn's geht. Man muss auch mal die billigen, die einfachen auch sammeln. Noch ist nicht Ostern. Noch ist Ostern. Ist es drüben Donnerstag oder irgendwie so ein ausgedachter Tag? Ja, richtig. Am drüben ist ja jeder verurteilt irgendwie ausgedacht von irgendjemandem. Aber, okay Luis, bevor wir rein starten. Noch? Wenn wir uns den großen Themen widmen, den, den, den Klassiker, den deutschen, all sowas, habe ich anlässlich, dass Oliver Kahn Eier ist auch ein Eier-Zutat. Ja? Dir ein paar von Oliver Kahn´s besten Sprüchen mitgebracht. Okay. Und ich würde jetzt einfach mal deinen Favoriten hören lassen. Ja, ich kicke gerade nur etwas angestrengt in die Kommentare, weil sich äh... Im Millisekund-Takt die Leute sagen, wir haben Out-Tune drauf. Stimmt's? Oder wie klingen sie aus? Ich kling's geil! Danke, Dropa! Ja, also, bei mir klingst du ein Hut auf den Hörern. Oh, naja, kommt das denn? Okay. Also, äh, keine Sorge. Mir und ich haben keine Stimmband-MPs vorgenommen in den letzten Tagen. Und dann krieg ich sogar Flachgas. Ja gut. Wir können, äh, auf jeden Fall berichten, falls ihr den Ton noch anhabt, dass Alfrisch in der Regie an einer Lösung gearbeitet wird. Äh, ich würde sagen, wir werden den Herrschaften noch kurze Minute, bevor wir unser Gag-Pulver verschießen. Major-Ton schreibt jemand. Stark. Stark. Völlig losgelöst ist der Ton. Wir werden nicht erstmals in der Themen-Frühstück-Historie darum gebeten, einfach mal nicht zu reden. Einfach mal die Klappe zu halten. Das kam sicher schon mal vor. Horror. Ah, ja, wir hören, wir klingen jetzt wieder normal. Ich würde, ähm, ich würde zitieren aus den Kommentaren, äh, seid ihr Echsen-Menschen? Jetzt wurden wir enttarnt. Und ich würde das einfach mal unbeantwortet lassen. Und da jeden seine eigene, ähm, Interpretation finden lassen. Ja. Da sind wir jetzt aber wirklich. Hallo nochmal. Guten Morgen. Ja, Gumo. Ähm. Das klang ja fürchterlich. Aber gut. Ein smoother Start ins Themen-Frühstück mal wieder. Es läuft alles wie. Absolut. Wie geplant, wie geschmiert, wie geölt. Absolut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Leute den Einstiegsgerät überhaupt mitbekommen haben. Ich auch nicht. Naja, wir haben Oliver Kahn zitiert. Ja. Kurze Fassung, wir haben Oliver Kahn zitiert. Denn es ist Ostern und er fordert natürlich. Eier. 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 Ich würde, ich würde jetzt anlässlich dessen einfach mal, ich habe nämlich eine Schwäche für Fußballer-Zitate. Das ist so, ich kann da herzhaft drüber lachen. Ja. So über diese billigen Andi-Möller-Sachen irgendwie, die kriegen mich. Ja. Und Oliver Kahn hat nicht so diese ganz dummen, aber so ein, zwei, die einfach ganz lustig sind, die auch gar nicht zwingend so Versprecher sind oder sowas, die einfach ganz lustig sind. Ich würde jetzt einfach mal meine Favoriten vorlesen und du sagst mir, welcher dein persönlicher ist. Das klingt gut. Oliver Kahn mit einer Selbsteinschätzung. Interviews von mir nach dem Spiel haben nur bedingte Zurechnungsfähigkeit. Ja. Dann Oliver Kahn mit einer ironischen Selbsterkenntnis über sein Bild in der Öffentlichkeit. Wenn der Kahn einen Furz lässt, wird der halt auch ewig aufgeblasen. Tolles Sprachbild, was da aufgemacht wird. Ja, total. Nachdem er in Rostock ein Tor per Faust erzielt hatte und vom Platz flog, ich dachte, der Torwart darf im Strafraum die Hände benutzen. Klassiker. Der Trainer hat gesagt, wir sollen uns am Gegner festbeißen, das habe ich versucht zu beherzigen, zum wangen Biss gegen Heiko Herrlich. Ja, richtig. Habe ich mit Heiko Herrlich sogar mal drüber gesprochen. Ach echt? Mhm. Hat er verziehen? Ja, er hat verziehen. Er meinte sogar, es war das Beste, was ihm und dem BVB in dem Spiel passieren konnte, weil sie wussten, jetzt haben wir sie. Ja, das stimmt natürlich. Das ist heute unser Ding. Das stimmt natürlich. Wir werden uns zu einer Krisensitzung zusammensetzen, weil wir nur 4 zu 2 gewonnen haben. Kommentar zu einer kritischen Frage nach einem Sieg von der VfB Stuttgart. Ja. Gleichzeitig hat er aber auch mal gesagt, Krisen gibt es im Krankenhaus auf der Intensivstation oder im Nahen Osten, aber nicht im Fußball. Das ist natürlich der Based-Fußball-Kommentar, den jeder Funktionär einmal machen muss. Natürlich. Von wegen Druck haben Leute, die wirklich um ihren Job kämpfen. Genau. Alles, was wir hier machen, das hat gar keine Relevanz. Das muss jeder einmal gemacht haben, um zu zeigen. Ich habe so viel Understatement. Ja. Ich reflektiere diese Sportart so sehr. Ja, ja. Und bei Oliver Kahn, ne? Da glaube ich das auch direkt. Da glaubt man, dass der diese Sportart wirklich reflektiert. Ja. Sonst hätte ich nur noch ein, zwei, drei im Angebot. Und zwar, ich rotiere höchstens, wenn ich Opfer des Rotationsprinzips werde. Werde. Okay. Okay, klar. Lorand ist von seinem Niveau her bei einem Verein, der sein Niveau hat, über den ehemaligen 68-Trainer Werner Lorand. Das muss es dann eigentlich fast schon sein. Ähm. Und ein allerletztes. Aber nun, nach seiner Entlassung als CEO, hieße es plötzlich wieder, er habe sich emotional nicht im Griff. Es könne sein, dass er auf seinen Nachfolger Dresen losgehe. Muss er dazu etwas sagen? Mir nochmal einen Espresso Macchiato, bitte. Das sagt er. Ich gehe, weil es auch so schön hier in den Kommentaren stand, mit dem Orkan, natürlich, mit der Aussage über Chapuisar. Ja, ich muss die brandaktuelle Spiegel-Reportage mal noch lesen, die es über Oliver Kahn ja gibt. Wo das letzte Zitat stammte. Genau, woraus auch das letzte Zitat war, wo auch unter anderem drinsteht, er trinkt jetzt noch einen Apfelsaft fürs Gehirn. Ja. Und da will ich dann schon mehr drüber wissen. Ich sage ganz ehrlich, eine Cola Light zum Wachwerden, also erst Kaffee, Cola und dann eine Apfelsaft fürs Gehirn. Richtig. Ganz ehrlich, das bin ich jeden Tag minus den Kaffee. Ja? Ach stimmt, du bist gar keine Kaffeetrinkerin? Ne, ich bin gar keine Kaffeetrinkerin, dafür aber tatsächlich Cola-Trinkerin. Preferably Cola Zero, nicht Cola Light. Okay. Würdest du dir zutrauen? Den Unterschied zu schmecken? Ja, ich mag auch die zuckerfreie Version lieber als die normale. Okay. Tatsächlich. Vielleicht auch Gewöhnungssache irgendwie, aber die normale finde ich so klebrig irgendwie, keine Ahnung. Finde ich bei Cola generell. Aber, Apfelschorle fürs Gehirn, aber bei mir ist eine Apfelschorle, weil da ist dann nochmal dieser Kohlensäure-Kick drin, sehe ich auf jeden Fall. Was ist deine Lieblingssaftschorle, würdest du sagen? Boah, im Grunde Apfel, naturtrüb, aber manchmal kommt so eine Rhabarberschorle auch ganz gut um die Ecke. Rhabarberzeit geht ja auch los. Ja. Da freue ich mich sehr, sehr über. Rhabarberzeit. Ja, ist so. Ja, geil. Du lachst, aber es stimmt. Ich freue mich, das zu wissen, weil ich wusste es nicht auf jeden Fall. Ja, Rhabarber gibt es halt im Herbst zum Beispiel gar nicht. Ich werde mit Rhabarber backen in den folgenden Wochen, du darfst dich drauf freuen. Ich wollte gerade sagen, die ganze Redaktion freut sich, weil... Antons Nicken im Hintergrund macht mich sehr glücklich gerade. Weil Mia ja sehr gerne, ich hoffe, das darf ich verraten, die ganze Redaktion mit frischem Back, selbstgemachten Backwaren überrascht. Ja, in letzter Zeit nicht mehr so häufig. A, aus Zeitgründen und B, weil diese Winter-Zimt-Apfel-Era vorbei ist. Aber jetzt, wo so wieder so Erdbeeren-Rhabarber und so, da werde ich mal was zaubern. Okay. Ja. Wenn der Geograf sagt, Orangensaftschorle ist quasi Fanta. Ja, ich weiß noch, ich habe früher auch mal, wenn die wirklich eisgekühlt war, gab es irgendeinen Orangensaft, der wahrscheinlich einfach so viel Zucker hatte, dass der dann eine Fanta wirklich gut nachmachen konnte. Das fand ich wunderbar. Sonst muss ich sagen, so eine gute Kirschsaftschorle. Boah, geil. Johannes Bär ist auch ganz geil. Super, absolut. Allgemein, Saftschorlen. Ich bin Fan von Saft. Ja, ich auch. Und damit nochmal willkommen im Themenfrühstück. Wir sind alle hier Fan von Saft. Aber frag nicht, was für Saft. Und aufmerksame Verfolger der deutschen Hip-Hop-Szene wissen jetzt, worauf ich anspiele. Anderen kann es egal sein. Das war doch ein herrliches Themenfrühstück, ein herrlicher Beginn für dieses Themenfrühstück. Wir haben über Saft gesprochen, wir haben über den Balkan gesprochen und vor allem haben wir ein bisschen, um jetzt den Bogen zu schlagen, im weitesten Sinne ja auch über Rap gesprochen, indem wir hier unseren Auto-Tune ausgelebt haben. Aber wir wollen nicht nur über Rhabarber sprechen, wir wollen auch über die Bundesliga sprechen, denn die geht wieder los nach der Länderspielpause. Hast du Bock? Ja. Ja, ich hab wirklich Bock. Ich muss aber auch sagen, es war eine tolle Länderspielpause. So ganz generell. Ey, ich fand's voll geil. Nicht nur Deutschland, sondern auch Georgien und so. Das waren alles Dinge, die ganz geil waren. Deutschland hat auch Spaß gemacht irgendwie zu gucken. Safe. Ich hab irgendwie gar nicht mehr, ich hab auch richtig vorhin eben jetzt so in der Vorbereitung so, ach ich muss erstmal wieder reinkommen in die Bundesliga. Ich muss mich erstmal daran erinnern, ach wie ist denn Eintracht Frankfurt in Form gerade? Ja, ja. Haben die eigentlich gewonnen? Ja, ja. Mario Götz hat wirklich in den letzten zwei Spielen ein Tor geschossen. Verrückt. Ihr merkt, ich hab mich für's Tippspiel vorbereitet. Aber ne, ich fand die Länderspielpause war cool. Also A, weil man sich mal wieder so dran gewöhnen musste, auch mal sich eingestehen zu müssen, wow, das hat mit dem DFB echt Spaß gemacht. Das waren echt ein paar ganz coole Tage. Aber du sagst, das Georgien war irgendwie geil. San Marino hat fast ein Spiel gewonnen. Es gab das Derby auf den Virgin Islands. Oder von den Virgin Islands besser gesagt. Es gab viele schöne Geschichten und irgendwie, ich bin generell, es gehört ja eigentlich zur Pflicht jedes, jeden Freunde, Redakteurs, jeder Redakteurin zu sagen, Nationalmannschaft und Länderspiele, eh Quatsch. Das kriegt man hier eindoktriniert. Beziehungsweise man wird gar nicht erst eingestellt. Genau. Ich wollte gerade sagen, dagegen weigere ich mich seitdem. Ich weiß auch noch mein erstes Gespräch mit Philipp Köster. Er hat mir nicht Hallo gesagt. Richtig. Er hat nur gesagt, wie stehst du zur Nationalmannschaft? Genau. Ne, ich muss ja sagen, ich mag Länderspielpausen seit jeher eigentlich schon irgendwo ganz gern. Ich find's jetzt nicht der Untergang des Fußballs. Mir ist aufgefallen. Ich kann mir das schon mal angucken auf jeden Fall. Und diese Länderspielpause, die war geil. Diese Länderspielpause hat mir so richtig so Kindheits-Vibes gegeben. Ja. Irgendwie so, am Ende gibt's dann ja irgendwie doch nichts Geileres als so ein, also natürlich schon, und zwar der Verein so, aber so irgend so ein ganz komisches Gefühl hat das dann ja doch, weil dann so alle auf einmal dieses Spiel gucken. Genau. Und es war mal wieder Lagerfeuer der Nationszeit. Ja. So ein bisschen. Und vor allen Dingen, was ich halt schön fand, halt in diesen EM-Quali-Playoffs, ich liebe halt Fußball, wenn's um was geht. Und mir ist fast egal, wer dann auch spielt. Das kann ein DFB-Pokalspiel sein, aber es kann halt eben auch Georgien Griechenland sein, wo beide halt die Riesenchance haben, sich für eine EM zu qualifizieren. Das eh. Und ich liebe Fußball, wenn wirklich was auf dem Spiel steht. Und das war in dieser Länderspielpause so, und das war cool. Das war wirklich gut. Und dazu würde ich ja auch sagen, wir haben bei der Minispiel-Olympiade den Hype losgetreten. Na klar, na klar. Mit unserem Dreierteam mit Lotti, gedrest in den neuen DFB-Trikots, darf ich hoffentlich verraten. Ich in pink, will ich dazu gesagt gehabt haben. Ich in einem etwas zu engen weißen Deutschland-Trikot. Ich würde sagen, wir haben die Lawine losgetreten, die dann ins Rollen kam. Ja. Deswegen Danksagung gerne in den Chat. Einen Anteil gehabt zu haben daran, diesen Hype zu entfachen, das bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, du verstehst die Referenz. Absolut. Das ist auch ein bisschen wie hier Sebastian Kehl, der meinte, wir haben die Bayern mal ins Wanken gebracht. Oh ja. Ich würde sagen, das waren wir mit dem DFB. Apropos Sebastian Kehl und die Bayern ins Wanken bringen. Oh ja. Wollen wir uns ums Sportliche kümmern? Ja, gerne. Denn, es steht an, als Großes wollen wir einfach mit dem Top-Spiel rein starten, wenn wir jetzt hier schon über Sebastian Kehl... Lieber nicht, Sackropper. Ich glaube, das bringt die Grafik schwer in Bedrängnis. Okay, dann machen wir das nicht. Dann war das nur ein kleiner Ausblick, auf das das gleich kommt. Ähm, stattdessen beginnen wir mit, Luis. Wir beginnen mit, wenn ich es richtig hier sehe, auf unserem wunderbar vorbereiteten Dokument mit einem quasi Ausgleichsspiel. Richtig. Preußen Münster gegen Dynamo Dresden. Na klar, was auch sonst. Was auch sonst. Drittliga-Topspiel. Drittliga-Topspiel. Ähm. Tatsache. Tatsache. Die Preußen empfangen Dynamo, äh, Preußen sind Vierter. Ja. 52 Punkte Dynamo. Beste Rückrunden-Mannschaft. Juhu. Dynamo, äh, das absolute Gegenteil. Ähm, Markus Anfang hält sich gerade noch so im Amt, haben im Landespokal fast eine blamable Pleite gegen den VfC Plauen einstecken müssen, haben sich dann aber noch gerettet. Dynamo noch Zweiter, aber es wird eng. Ich wollte gerade sagen, Dynamo mit der quasi Perfektion. Perfekt eine Hinrunde, nach der alle dachten, jetzt ähm, nimmt denen das keiner mehr weg und Preußen andersrum mit einer sehr, sehr starken Rückrunde bis hierhin. Ähm. Ich bin mir gerade übrigens auch nicht sicher, wenn ich hier auf den Bildschirm gucke, äh, für die Podcast-HörerInnen, wir sehen die Logos bei der Clubs. Sind es Logos, wo du sagen würdest, äh, wie man in der Jugend heutzutage sagt, die gehen hart? Ähm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm. Ähm. Das Preußen-Logo eigentlich bringt schon viel mit, um zu sagen... Ja, bringt viel mit, aber ich tue mich immer mit dieser Adler-Symbolik auch bisschen schwer. Das ist einfach persönliche Assoziation irgendwie. An sich ist das aber ein gutes Wappen, finde ich, so. Ja. Von dem Level an Schlichtheit und Detail her... Ich glaube, der grüne Hintergrund macht's halt, ehrlich gesagt. Nur das Wappen... Ja. Das stimmt. Stimmt, weil Schwarz-Weiß halt auch Schwarz-Weiß ist so. Ja. Ähm. Dresden... Ja, dieses... Ja, das Dynamo-D ist halt auch... Das Dynamo-D. Ja. Ikonisch. Es ist das Dynamo-D. Es ist das Dynamo-D. Aber lass uns doch mal tippen. Ähm. Boah, schwierig. Ja. Gehst du mit der Form? Ähm. Ich gehe mit... Ich bin mir gerade auch unsicher. Ähm. Jedem Anfang wohnt ein Zauber, ey, ne? Boah, richtig. 2-1 Dynamo. Äh. Dann gehe ich mit der Form und sage, Preußen-Münster zieht an Dynamo vorbei, weil... Boah. Ein bisschen, glaube ich, du hast recht. Weil die Preußen zu Hause 1-0 gewinnen. Sage ich. Und weil mein alter Herr-Taner-Freund, in Anführungszeichen, Peter Niemeyer, da noch sein Unwesen treibt. Na klar. Tut er doch nach wie vor, oder? Sollen mich, äh... Anwesende Münsteraner und Münsteranerinnen... Doch, natürlich ist er noch bei Preußen am Start. Deswegen 1-0. Für die Preußen. Wir machen weiter... Mit dem nächsten Ersatz-Slash-Zusatzspiel. Oh ja. Und zwar... Die Alemannia aus Aachen. Ja. Der Kull-Club. Darf man das schon sagen? Jetzt wo immer 25.000 Leute kommen und Alemannia Aachen wieder cool ist. Der Kahl-Kanal soll darüber abstimmen. Alemannia Aachen gegen Fortuna Köln. Erster gegen Dritter. 57 Punkte gegen 48 Punkte. Auch ein Topspiel. Ähm... Aachen ist ja schon fast durch. Mhm. Ähm... Wenn sie das gewinnen, sieht es natürlich noch besser aus. Was meinst du? Ja. Ich reite die Welle von Alemannia Aachen. Ich auch. Da klappen die Dinge gerade einfach. Ich fand es sehr schön, dass der Trainer, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, letztens nach einem Spiel sich bei Sport Total hingestellt... Wie? Heiner Backhaus, vielen Dank. Sich bei Sport Total hingestellt hat, ähm... Ach nee. Und einfach mal Tacheles gesprochen hat und gesagt hat, können die Leute das Spiel überhaupt sehen? Oder war hier wieder Standbild für einen Zehner? Äh... Fand ich gut, auch mal Klartext zu reden. Finde ich auch gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich sag mal so, ähm, als ein Medium, was auch durchaus mal mit technischen Problemen zu kämpfen hat, zu grüßen unseren Ton von vorhin. Das ist schon in Ordnung. Man muss den Finger auch mal in die Wunde legen. Und deswegen, ich reite die Alemannenwelle. Und die Alemannia gewinnt in einem torreichen Spiel. 3 zu 2 gegen Fortuna Köln. Ich glaube, es wird weniger torreich. Ich glaube auch, dass Aachen gewinnt durch einen Freistoß von Anton Heinz in der 89. Minute. 1 zu 0. Zuhause. Das ist ein sehr schön spezifischer Tipp. Ich gebe noch ein paar Gedächtnisspieler durch, weil wir das eben bei Preußen Münster gegen Dynamo Dresden vergessen haben. Ich bin ganz transparent. Wir haben sie auch vor uns stehen bei diesem Duell. Aber es sind dafür auch absolute... Du wusstest nicht, dass Albert Streit... Vor allem, was mich viel, viel mehr anschiebt als Albert Streit, ist natürlich Ivo Grilic. Ivo Grilic. Alte MSV Duisburg-Legende. Freistoß. Gott. Mit Alemannia Aachen. Pokalfinale gespielt gegen Werder Bremen. Wusste nicht, dass er bei Fortuna Köln war. Aber... Hier, der Karl-Kanal ist auch schon reingeschrieben. Natürlich auch Mirko Kaspar. Na klar. Und damit würde ich sagen, ist das Gedächtnisspieler-Segment in diesem Spiel auch bestens bedient. Und jetzt gehen wir wirklich mal hoch in die Bundesliga und starten natürlich mit dem Pirmen-Schwegler-Gedächtnisspiel. Ist doch keine Frage. Bayer Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der Hammer. Du meinst das Kevin-Volland-Gedächtnisspiel? Kevin-Volland-Gedächtnisspiel. Nadiem Amiri würde mir auch noch einfallen. Nadiem Amiri-Boller gibt es. Gibt bestimmt einige. Gibt bestimmt einige. Gibt bestimmt einige. Leverkusen. Thomas Müller hat der TSG ja Glück gewünscht oder die Daumen gedrückt per Instagram. Er packt ja immer so 80 Hashtags unter seine Bilder. Und einer davon irgendwie war, jetzt müsst ihr es machen, Hoffenheim, oder irgendwie sowas. Oh Gott. Er schielt eben noch auf die Meisterschaft. Ja. Wobei man ja sagen muss, selbst wenn Hoffenheim jetzt gewinnen würde gegen Leverkusen. Dann wären die Bayern auch immer noch weit weg. Also Leverkusen mit einem komfortablen Polster. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das her schenken. Hoffenheim jetzt auch nicht so krass gut drauf. Ich sage mal 3 zu 0. Okay. Ich reiche noch nach. Vielen Dank, Flo, der Geografe. Selbstverständlich auch das Kerim Deme bei Gedächtnisduell. Ich sage... Hashtag auf geht's Hoffenheim. Hashtag auf geht's Hoffenheim. Es müsste man mal draufklicken. Man sieht ja immer wie viele Posts es mit diesem Hashtag gibt. Oh ja, warte kurz. Ich glaube es sind vielleicht sieben. Es sind neun. Wirklich? Ja. Es sind neun. Was als kleine Frotzelei gedacht war, entpuppt sich dann doch als guter Tipp. Mal gucken auch, ob ein guter Tipp... Ehren Derdejok. Das schmeckt natürlich. Ob ein guter Tipp auch ist, wenn ich sage, Leverkusen tut sich ein bisschen schwer nach der Länderspielpause, aber gewinnt 1 zu 0 am Ende. Okay. Sage ich. Und bleiben dementsprechend auf Kurs. Wir machen weiter. Die Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt trifft auf den ersten Fußballklub Union Berlin. Ja. Huh. Eintracht Frankfurt muss ja die europäischen Plätze verteidigen vor Augsburg. Ja. Die drücken von hinten ja theoretisch sogar Konferenzweg schon klar hätten, wenn Leverkusen denn den Pokal gewinnt, glaube ich. Aber, ähm, ja, Frankfurt ist für mich ja irgendwie so dieses ewige, keine Ahnung, seit Wochen sagt man, die spielerische Weiterentwicklung fehlt, et cetera, pp. Aber holen die Ergebnisse, ne? Übrigens das Bastian Utschipka Gedächtnisspiel. Natürlich auch das Christopher Lenz Gedächtnisspiel. Das war eh klar. Oh, das Frederic Renaud Gedächtnisspiel. Genau, ja, ja. Oder? Der hat doch mal bei Frankfurt... Ja, ich meine, es ist auch selbstredend das Benni-Köhler-Gedächtnisspiel. Aber das war so offensichtlich, da wollte ich jetzt noch kurz mit warten. Ja, klar, das wolltest du gar nicht erst erwähnen, ne? Ja, ja. Ähm, ja, Frankfurt ist auch wie so eine springende Platte. Also man wiederholt sich immer, sie holen dann irgendwie doch die Punkte. Und ich glaube, sie machen es auch in diesem Spiel. Mario Götze trifft einfach nochmal, sag ich, warum denn nicht? Und Frankfurt gewinnt dieses Spiel mit... Ja, Union fängt sich nicht so viele Hütten. Frankfurt gewinnt mit 2 zu 1, sag ich. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das wird so ein ganz ekelhaftes Unionsspiel, wo Frankfurt sich die Zähne ausbeißt. Kann sehr gut sein. Am geparkten Bus von Lena Bielitzer. Aber es ist zu Hause. Ja. Und ich glaube, das macht in Frankfurt oder ich... Es ist ja jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis zu sagen. Es macht in Frankfurt tatsächlich nochmal einen großen Unterschied. Ich glaube, es wird schwer, aber es wird ein 2 zu 1. Mhm. Für die SGE. Da haben wir beide das Gleiche, ne? Geht das? Oh, habe ich auch 2 zu 1? Achso. Dann war ich... Ich würde dann nochmal... Ich sag sonst 1 zu 0. Ah. Oder willst du? Nein, das ist okay. Nimm mal ruhig. Ich hab mich nur... Ich wollte jetzt nicht so als die Person, die als zweites Tipp dir deinen Tipp klauen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Machen wir weiter mit... Genau. Borussia Mönchengladbach gegen den Sportclub Freiburg. Na klar. Mike Hanke, nein danke, hieß es 2006 in der Stürmerdiskussion. Trotzdem ist es natürlich das Mike Hanke Gedächtnisspiel. Das Matze Ginter Gedächtnisspiel. Das Vincenzo Griffo Gedächtnisspiel. Stimmt. Ähm... Freiburg, Gladbach, Freiburg. Matthias Ginter hast du gerade schon gesagt, ne? Genau. Den gab's schon... Ah, ich bin mit Mike... Vincenzo Griffo. Ja, ja. Aber in Gladbach nie glücklich geworden. Ich bin mit Mike Hanke eigentlich schon ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, ich bin auch mit Matze Ginter ganz zufrieden. Es ist natürlich auch ein Spiel, worüber in der morgigen Folge, das darf ich verraten, ja, auch am morgigen Karfreitag wird es eine Folge Elf Freunde am Morgen geben. Hört da gerne rein. Dann wird Nils Petersen erzählen, wie es ist, wenn sich eine Mannschaft aus dem Nichts in einen völlig absurden Rausch spielt. Vielleicht erinnert ihr euch, es war 2021, 37 Minuten waren gespielt und der Sportclub Freiburg führte 6 zu 0 bei Borussia Mönchengladbach in der ersten Hälfte. Sechs verschiedene Torschützen. Das wird morgen nicht passieren oder am Wochenende nicht passieren, glaube ich. Trotzdem sage ich, der SC gewinnt am Niederrhein. Max Kruse wird hier noch. Max Kruse, sehr gut. Natürlich, Kari Matmur, völlig richtig. Ich glaube, Freiburg gewinnt in Gladbach und Gladbach bleibt irgendwie so weiter unbefriedigend da unten stecken, ohne so richtig in Abstiegsnöte zu geraten. Freiburg gewinnt 2 zu 0. Es ist ja das erste Spiel, seit Christian Streich verkündet hat. Oh ja. Die Abschiedstour, sie startet. Genau, die Abschiedstournee, sie startet. Und ich glaube, sie startet versöhnlich, obwohl ich es mir anders wünschen würde. Nicht wegen Christian Streich, für ihn wünsche ich mir natürlich auch alles Gute und für Freiburg auch. Aber ich finde diese Gladbacher Truppe eigentlich so geil mit den ganzen jungen Nachzüglern und ich bin auch Fan von Ceoane und ich möchte eigentlich, dass da mal die Zahnräder ineinander greifen, weil ich das Gefühl habe, da ist auch super viel Potenzial da. Trotzdem glaube ich, es wird ein 2 zu 0 Auswärtserfolg. Würdest du sagen, du bist noch eine sogenannte Luca Netz Believerin? Na klar. Ich bin vor allem Rocco Reitz Believer. Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen und muss natürlich noch einen Namen nachreichen von MGJ. Boah, das schmeckt mir Moe Idrisou, ist doch klar. Auch für beide Vereine gespielt. Ich ziehe meinen Hut an der Stelle und setze die Sonnenbrille auf. Und er spielt, Jörg NBG schreibt schon rein, ihn nimmt uns alle Gags vorweg. Natürlich spielt er auch heute noch Champions League an der Klee S2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr, was damals gesungen wurde. Glaubst du, Christian Streich, dass sich da jetzt jeder Verein, wo quasi der SC Freiburg gastiert, es sich nicht nehmen lassen wird? Und hier hast du nochmal einen Blumenstrauß, hier gibt es nochmal eine kleine Ansprache vom Stadionsprecher. Nein. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist Christian Streich zu... Also, ich sag mal so, wenn ich es mir bei einem Bundesliga-Trainer vorstellen könnte, wäre es Christian Streich, ich fände es aber übertrieben. Ja, ich fände es auch... Also, wenn andere Vereine jetzt bei Christian Streich den SC verlässt, das fände ich ein bisschen übertrieben. Also, um Gottes Willen, macht es so. Ich könnte mir vorstellen, dass auf der Jagd nach günstigem Applaus, nach ein paar wholesome Momenten, der ein oder andere Verein vielleicht sagt, komm, wir fahren da mal was auf. Ich bin gespannt. Dass der ein oder andere Stadionsprecher mal die Stimmbänder... Richtig. ...bisschen aufheizt, meinst du? Richtig, ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und machen in der Zeit weiter mit dem Duell zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Das Maxi Philipp Gedächtnissspiel. Das Kevin De Bruyne Gedächtnissspiel. Das Max Kruse Gedächtnissspiel. Das Naldo Gedächtnissspiel. Oh, ja. Stimmt. Das Diego Gedächtnissspiel. Jo. Oh, ja stimmt. Oh, oh, oh. Das Aaron Hunt Gedächtnissspiel. Aaron Hunt Gedächtnissspiel. Völlig richtig. Ähm, wen gab es denn da noch? Da gibt es einige. Da gibt es einige. Da gibt es einige. Da gibt es einige. Alles Spieler mit Affinität für Grün. Ja. Scheinbar. Welches Grün findest du schöner? Dieses knallige Grün von Wolfsburg? Nein. Das Werder Grün. Ja, ich finde auch das Werder Grün. Muss ich schon klar sagen. Also das etwas dunklere, so ein bisschen vollere Grün. Ich habe gestern nochmal, ich habe die Tage nochmal random ein Video auf YouTube gesehen vom Sportstudio. Es waren einfach die zehn tollsten Tore dieses Jahrtausends. Da dachte ich mir, ja, klicke ich an, habe ich gerade Bock zu sehen. Und in der Meistersaison. Völlig verständlich und völlig zu Recht, wie ich finde. Genau. In der Meistersaison des VfL Wolfsburg, weil da war natürlich auch das Tor von Grafic dabei gegen die Bayern, dieses Solo. Da hatten sie so ein relativ dunkelgrünes Trikot und das war ziemlich geil, weil das war sehr, sehr simpel. Gut, vielleicht romantisiert man es auch ein bisschen, weil Edin Dzeko es getragen hat, weil Zvechke Misimowitsch es getragen hat. Weiß ich nicht, aber das war ein schönes Trikot. Sonst aber das Werder Grün. In dem Spiel sage ich, bin ich billig zu haben und gehe auf den Trainer-Wechsel-Effekt und sage, Ralf Hasenhüttl ist zurück und startet erfolgreich in seine neue Amtszeit und der VfL gewinnt 2 zu 1 am sogenannten Osterdeich. Das passt ja auch thematisch ganz hervorragend. Stimmt. Ich glaube, das wäre jetzt auch... Thorsten Frings wird hier einge... Entschuldige, Mia, dass ich das unterbreche, das stimmt doch überhaupt nicht. Thorsten Frings war doch nicht in Wolfsburg. Sorry. Aber Florian Kohfeldt stimmt. Florian Kohfeldt stimmt. Um mal einen Trainer reinzuwerfen. Cedric Macchiari stimmt auch. Kohnen Kastels habe ich eben auch gelesen. Oh, stark. Bitte? Doch, Kohnen Kastels stimmt. Kohnen Kastels stimmt. Ja. Nee, aber ich wollte eigentlich sagen, ich glaube auch, dass Wolfsburg es machen wird. Ich will es nicht so langweilig immer das gleiche tippen wie du. Du. Denn Werder schlittert ja gerade wieder so ein bisschen aus der Bahn. Sie sind ja sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet und jetzt zuletzt eher nicht so. Es ist ein bisschen kann nicht gegen will nicht, wenn man sich die aktuelle Form der beiden Mannschaften anguckt. Aber eine hat eben einen neuen Trainer. Deshalb, ich sage 3-1. Ich sage 3-1 Wolfsburg. 3-1 Wolfsburg? Okay. Was hast du nochmal gesagt? Ich habe 2-1 Wolfsburg gesagt. Okay, dann gehe ich auf 3-1, dann haben wir wenigstens einen leichten Unterschied drin, weil ich kann nicht guten Gewissens auf Werder tippen, was nicht an irgendeiner Antipathie gegenüber Werder liegt, sondern weil ich einfach wirklich glaube, dass Wolfsburg mit Hasenhüttl gerade auch nach einer Länderspielpause, wo er ein bisschen Zeit hatte, durchaus brauchbares dort aufs Spiel. Parkett zaubern wird, wie man so schön sagt. Wir werden sehen und sprechen über den Klassiker-Fragezeichen. Die Bayern empfangen Borussia Dortmund gut Gedächtnisspiel. Also, das wäre jetzt wollen wir. Ich glaube, wir überlassen es einfach der Imagination. Wir haben eben schon in der Morgenrunde kurz darüber gesprochen. Seit wann ging es das letzte Mal um so wenig bei Bayern gegen Dortmund? Ja, meins. Wenn wir das zum Beispiel mal vergleichen mit dem Rückrundenduell letzte Saison, wo Bayern und Dortmund punktgleich waren und das war Thomas Tuchels erstes Spiel. Klar, es stand auch nach 10 Minuten 3 zu 0 für den FC Bayern, aber vorher lief wenigstens was und diesmal geht es für Bayern ja quasi um nichts mehr. Außer die Minimalschance zu wahren maximal. Ja, aber auch das und für Dortmund geht es darum, die Champions League zu sichern irgendwie und auch nicht an den Bayern vorbeizuziehen, nicht mal an den Bayern oder an sonst irgendwem. Es ist irgendwie bitter und ich finde es schade und ja. Ja und ich meine, der letzte Sieg, ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass BVB gegen die Bayern in der Bundesliga zumindest war, ich sage es euch sogar auf den Tag genau, es war am 10. November 2018, also es ist schon etwas her. Ja, aber irgendwie hätte ich jetzt erwartet, also ich erinnere mich jetzt auch an das Spiel, wo du es sagst, aber irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass du noch so eine absurdere Zahl rausholst irgendwie. Nee und deswegen fehlt mir auch, also abgesehen davon, selbstverständlich, ey Freunde Ultras wissen, dass am Samstag auch wieder der Text von Uli Hesse Young Firm laufen wird. Na klar. Indem er darüber schreibt, dass dieses Spiel eben kein Klassiker ist, wie es zum Beispiel Celtic gegen die Rangers oder x andere Spiele in Europa sind und mir fehlt bei diesem Spiel... Der Text mehr Klassiker als Bayern gegen Dortmund. Wahrscheinlich mittlerweile und mir fehlt bei diesem Spiel eben auch die sportliche Brisanz aus den letzten Jahren. Wir haben so oft hochgeredet und es ist immer das Gleiche passiert quasi. Ja, beziehungsweise das ist das eine Sache mit, dass es immer das Gleiche passiert, aber diesmal fehlt es ja sogar... Also diesmal sind ja die Vorzeichen nicht mal anders. Also es ist völlig egal. Mir ist dieses Spiel völlig egal. Weil du... Mich würde es schon aber interessieren, weil du sagst, du hast diesen Sieg des BVB noch im Kopf, kriegst du die Torschützen. Nein, definitiv nicht. 2018 war das. Genau. Da hatte ich einen nicht mehr auf dem Kopf, hab mich dann an ihn erinnert und dachte, boah, der war eigentlich super, super geil in der Bundesliga. Paco Alcázar. Oh! Hat gefühlt jedes zweite Wochenende ein absolutes Traumtor für den BVB geschossen und war dann weg. Stimmt. Was macht der denn gerade? Paco Alcázar spielt auf jeden Fall, glaube ich, noch. Hab ich irgendwo letztes Mal gesehen. Marco Reus, übrigens ein Doppelpack auch gemacht. Er spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Sharjah FC. Alles klar. Paco Alcázar, ich gucke hier ganz fix nochmal kurz in die Leistungsdaten beim BVB. Es waren 47 Spiele, rat mal die Quote. Wie viele Tore? Mhm. 13. 26. In 47 Spielen. Oh, das Doppelte. Alter, krass. Ich hätte 13 schon stabil gefunden, ehrlich gesagt. Hatte der Saison 18, 19 in 26 Spielen 18 Hütten gemacht in der Liga. Ja. Und ich erinnere mich daran, gefühlt jedes Tor von dem war krass. War einfach ein Winkel oder ein Freistoß und geiler Spieler gewesen. Und ich habe mich gefreut, mich an Paco Alcázar zu erinnern. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Ich wollte gerade sagen. Jetzt müssen wir aber noch tippen, ja. Wie geht es denn aus? Ich muss mal anfangen, ne? Ja, fangen wir an. 3-0. Nee. Daniel Mahlen macht 1-3. 1 Bayern. Ja. Ich gehe jetzt, glaube ich, einfach aus Trotz, weil ich gerade gesagt habe, in den letzten Jahren hat es sportlich so wenig hergegeben. BVB vor der Länderspielpause, vor allem ergebnistechnisch gut drauf. Ah, sie ermogeln sich ein 1-1 in München. Vor allem ergebnistechnisch ist halt das richtige Stichwort, weil es war eigentlich nur ergebnistechnisch. Ja. Aber nun denn, machen wir weiter. Denn es stehen ja noch ein paar andere Spiele auf der Liste. Zum Beispiel am Sonntag der FC Augsburg empfängt, ah ne, doch, empfängt den 1. FC Köln. Mhm. Ich war auch gerade kurz verwirrt. Ähm, ich weiß nicht, warum ich dachte, da steht FCH. Genau, weil auf dem Zettel stand FCK. Ich dachte kurz, Sekunde mal. Ja, ich habe FCH gelesen. Achso, FCH, ja. Das dachte ich mir so. Ausdruck Köln? Uh. Ähm. Elvis Rexbidgeye? Hat der mal für den FC Köln gespielt? Kevin Vogt. Oh Gott. Das ist das Kevin Vogt Gedächtnisspiel. Warte mal. Hat Elvis Rexbidgeye... Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Stark, stark, Mann. Stark, stark, stark. Richtig. Ähm, okay. Ich glaube, Augsburg nimmt den Schwung aus den letzten Wochen mit. Leider auch, ja. Und es wird ein 2 zu 0. Man muss halt auch sagen, der FC Augsburg wäre auf jeden Fall der Conference League Teilnehmer, den diese Bundesliga verdient. Und deswegen gehen sie mit einem 1-0 weiterholen, dann glaube ich den... Aber nicht der Conference League Teilnehmer, den die Conference League verdient. Das ist wahr. Die sind eigentlich immer so geile irgendwie so bei Fiorentina gegen West Ham. So. Und dann halt FC Augsburg. Absolut fairer Punkt. Ähm. Ich glaube trotzdem, sie holen den fünften... Fünften? Ja. Fünften Sieg in Folge. Sie gewinnen 1-0 und das Spiel, ja. Ja, haken wir damit ab, würde ich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Und machen weiter mit dem VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. Da bin ich, glaube ich, blank. Stuttgart Heidenheim. Boah, da gibt es 100% irgendwen, aber ich habe auch keine Ahnung. Ja. Ja. Stuttgart Heidenheim. Schreibt es in die Kommentare. Nach dem... Du alter VfBler, hast du nicht irgendwen im Kopf? Auch bei dir? Affe mit Blech? Ja, bei mir auch. Ja gut, ihr werdet es uns schon wissen lassen, beim VfB Stuttgart. Interessant, es läuft sportlich so gut wie fast nie. Es ist nach wie vor der beste Dritte der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Aber die Nerven liegen blank in der Fanszene. Ja, die Kurve, die Cannstatter-Kurve ruft dazu auf, alle in schwarz zu kommen. Wegen oder aus Protest gegen das, was gerade in den Ämtern beim VfB passiert. Eben hat sich Rainer Adrian unter anderem nochmal, haben sich in einem Statement gemeldet und meinten, sie arbeiten daran, in einer Arbeitsgruppe Lösungen zu finden für dieses ganze Schlamassel. Die Mitgliederversammlung wurde sogar vorgezogen. Klaus Vogt hat sich gestern zum ersten Mal gemeldet. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Im Endeffekt geht es ja darum, Klaus Vogt, Präsident, war auch Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist ein Versprechen. Quasi entmachtet. Genau, dass immer der Präsident des e.V., auch der Aufsichtsratsvorsitzende bleibt, wurde jetzt entmachtet und die Mitglieder sprechen von Verrat an den Mitgliedern oder an den Werten. Und da geht es runter. Und fordern vor allem, dass der Aufsichtsratsvorsitz an das Präsidium zurückgegeben wird, aber nicht an das Präsidium, was derzeit im Amt ist, sondern eben an ein neues. Ja, das ist ja irgendwie so spannend, auch bei Stuttgart allgemein, gerade mit dem Einstieg von Porsche, dass da irgendwie so, was den e.V. und auch die Profiabteilung angeht, irgendwie alles drunter und drüber geht. Aber sportlich scheint die Mannschaft ja irgendwie sich davon überhaupt nicht beirren zu lassen. Zumindest bis jetzt nicht. Das ist immer so eine leichte Sorge, die ich hätte als Fan, zumindest wenn ich so aus HSV-Erfahrungen spreche. Dass ich immer, gut, beim HSV lief es nie in den letzten Jahren so lange so gut wie beim VfB in dieser Saison, aber dass ich immer das Gefühl hatte, ah, wenn sich Marcel Jansen und Jonas Bolt dann die Köppe einschlagen, dass es irgendwann dann doch in die Kabine durchdringt, wie man so schön sagt. Also ich würde, ich will das jetzt nicht irgendwas, irgendwelche Schreckenszenarien für VfB-Fans an die Wand malen. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es passiert. Aber es ist ja trotzdem irgendwie, es ist schade, weil es eigentlich so geil wäre, VfB-Fan gerade zu sein, wenn man nicht diese unschönen Querelen innerhalb des Vereins hätte. Ich glaube, das Ding ist halt immer, ich glaube, die Profis, der gemeine Profi, dem ist wirklich, wer jetzt Aufsichtsrat-Vorsitzender ist, das ist dem, glaube ich, völlig egal. Und was da passiert, da sagt er, ja komm, mein Gott, ich muss morgen einen Ball ins Tor schießen, das wird mich daran nicht hindern. Ich glaube halt, bitter für die Profis wird es dann eben, wenn die Stimmung eventuell im Stadion kippt und es dann wirklich einen unmittelbaren Einfluss hat. Ich will noch kurz ein Zitat vorlesen, weil ich das wirklich bemerkenswert finde von Klaus Vogt. Bitte. Ich muss kurz spicken in meinem Skript von Elfreund am Morgen, da ist es. Er hat nämlich gesagt beim Kicker, ich kann mich nicht erinnern, dass bei Bayern die Partner Audi, Adidas oder Allianz direkt nach dem Einstieg die Abwahl des Präsidenten oder des Aufsichtsratsvorsitzenden passiert hätten, wie es nun eben Porsche beim VfB gemacht hat. Und überhaupt, wann hat ein Vertreter dieser Aktionäre sich jemals erkennbar und öffentlich eingemischt oder geäußert? Ich finde, die Einmischung des Kapitals geht beim VfB nun deutlich zu weit und ist im deutschen Fußball einzigartig. Und das ist schon ein Statement von Wert, wenn man sieht, dass Hannover 96 im deutschen Fußball dabei ist, dass andere Klubs noch dabei ist. Ja, weil das RB Leipzig im deutschen Fußball dabei ist. Also das ist Klartext, der zu denken gibt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Glaubst du denn, dass es die Profis überhaupt nicht behelligt und sie rollen auch über den 1. FZH? Naja, Louis, Maxi Mittelstädt ist immer noch völlig losgelöst von der Erde. Der kriegt das alles gar nicht mit, der ist ja völlig schwerelos. Ja, richtig. Und der hämmert auch so ein Ding rein. Ja. Es geht zwei... Jan Niklas Beste fehlt auch bei Heidenheim, glaube ich. Es geht 2 zu 0 aus. Schnörkellos. Ich... Aber gut. Anton, guck nicht so drohend, wenn ich sage schnörkellos. Es wird einen Tick höher. Ich glaube, der VfB gewinnt 3 zu 0 und lief er noch nach. Dennis Burnic hieß der, glaube ich. Hat anscheinend für beide gespielt. Na klar. Na klar, hatte ich sofort im Kopf. Und scheinbar auch Kevin Müller. Der aktuelle Kieler von Heidenheim. Das muss... Ah ja, okay. Okay, ja. Müsste man mal die Regeln definieren. Ja. Okay, ein Spiel haben wir noch. Huh, da wird es auch tricky. Ah, wobei. Ne, da habe ich einen im Kopf. Der VfB Bochum empfängt nämlich die Lilien aus Darmstadt. Sebastian Polter. Ganz aktuell. Dani Latzer. Dani Latzer. Völlig richtig. Wer? Gerhard Holtmann auch mal. Hat auch für beide gespielt. Das Blau-Weiß-Derby. Jo. Ja. Der VfL gegen die Lilien. Da ist wirklich, anders als bei Wolfsburg und Bremen, der Blauton so ähnlich, dass man hier kaum die Trennlinie erkennen kann. Ich glaube, in Bochum haben sie das die letzten Jahre ja als flutlichtblau gebrandet. Na klar, na klar, na klar, na klar. Aber ich glaube nur, dass auf dem Trikot, ich weiß nicht, ob sie die Vereinsfarbe auf dem Trennlinie blab. Sie haben ja auch ein graues Trikot gehabt, was dann das Beton im Ruhrstadion symbolisiert hat. Nun denn, die Lilien sind zu Gast in eben jenem Vonovia-Ruhrstadion. Was meinst du? Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Fußballspiel für Feinschmecker. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das gepflegte Kurzpassspiel wird uns alle begeistern. Ich glaube, da wird ... Ich sehe den einen oder anderen Thread von Benni Grund oder Niklas Levinson, was da im 2-3-Aufbau beim SV Darmstadt angeboten wird. Ich glaube, da wird auch respektvoll miteinander umgegangen. Es wird nicht gefoult. Nee, und wenn, wird der Schuhrand getroffen, würde ich sagen. Maximal. Ja, beim VfL Bochum, die haben halt echt so ein bisschen dieses Jahr das Glück, dass sie drei Teams hinter sich haben, die halt einfach wenig bis gar nicht punkten. Sie sind jetzt gerade noch sechs Punkte weg von Mainz 05. Damit bist du sicherlich nicht gerettet. Also sie werden gut beraten, jetzt auch in oder gegen Darmstadt Punkte zu holen. Darmstadt muss man sagen ... Darmstadt ist eben eins dieser Teams, die halt zuverlässig nicht punkten. Sechs Punkte hinter Platz 16, schon zwölf hinterm VfL. Ja, also bei Darmstadt kann man so langsam, glaube ich, die Abgesänge anstimmen. Ich habe bei Bochum so ein bisschen das Gefühl gehabt in den letzten Wochen, vielleicht, dass es fast schon zu sich ausruhend auf der Tabellensituation war. Man hat das Gefühl, sie haben nicht mehr so viel zu beweisen, haben nicht mehr so viel reingehauen. Voll. Was ja auch beim Spielstil von Bochum eigentlich elementar ist. Ich glaube aber, dass sie ... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darmstadt ... Ah, meinst du, Darmstadt macht's? Tipp du ruhig. Oder soll ich vorlegen? Nein, ich glaube, Thomas Letsch wird den Kochlöffel schwingen und es wird ... Was? Es wird 4 zu 2 ausgehen. Nee, Quatsch. So ein Spiel geht ... Doch, ich sag's einfach mal. Ja, komm, let's go. 4 zu 2. 4 zu 2 Bochum. Ich sage, der SV Darmstadt holt einen dieser Sieger, wo man als Fan von so einer Mannschaft sagt, geht doch noch was? Und dann holst du in den nächsten drei Spielen, ja, zwei Unentschieden nochmal und dann weißt du, nee, geht doch nix. Aber nochmal ein kleiner Hoffnungsschimmer, Darmstadt gewinnt 2 zu 0, Anne Kastropper, würde ich sagen. Okay, okay. Dann haben wir mal wieder unterschiedlich getippt, das ist auch ganz gut. Das ist auch ganz gut. Haben wir eigentlich irgendeinen Wetteinsatz? Naja, wir können uns gerne was überlegen. Hier wurde schon oft um eine Flasche Wein getippt, wir können gerne in der Kulinarik bleiben, wir können aber auch ... Ja, ich richte mich nach dir. Eine Flasche Wein finde ich aber gar nicht. Ja, dann können wir das machen. Machen wir. Das ist doch gut. Sehr gut. Rot oder weiß? Für mich gerne immer lieber weiß. Okay. Ja? Trinkst du auch roten? Ich trinke tatsächlich mittlerweile lieber roten. Früher war ich weiß. Im jeweiligen Fall ... Ja, ich müsste auch mal wieder weiß machen. Okay. Wir machen noch eine Flasche Weißwein. Dann machen wir die Flasche Wein. Und was geht bei dir an Ostern? Fährst du heim? Ich fahre am Samstag in die Heimat. HSV zu Hause? Nee, HSV spielt in Fürth am Sonntag. Ich bin ... naja, gut. Ich bin tatsächlich im Stadion am Wochenende, aber nicht beim HSV. Altona? Bitte? Altona? M-m-m. M-m. M-m. Ja. Ich werde eine Sozialstudie ... Eieiei, okay. Ich werde eine Sozialstudie anstellen. Ich möchte unbedingt Konrad Ladendorf im Stadion sehen. Oh, das glaube ich auch. Da habe ich schon fantastische Dinge gehört. Und ich möchte es den Leuten auch madig machen, mit denen ich ins Stadion gehe und die ganze Zeit sagen, wie schrecklich ich es finde. Sie spielen gegen ... Nee, man muss dazu sagen, das Ganze ist mit einem Deal verbunden. Es wird auch noch in den Volkspark gegangen. Sie spielen gegen ... Guck mal, ich weiß es noch nicht mal, weil es ... Weil es mir im Grunde genommen völlig egal ist. Sie werden eh gewinnen. Ich werde mich eh ins Nirvana schießen. In Paderborn. In Paderborn. Na klar, na klar, na klar, na klar. Nee, aber ich bin tatsächlich in erster Linie bei der Familie. Das ist sehr schön. Mia, geh doch lieber zum Zahnarzt. Es ist das bessere. Es wäre das bessere Szenario. Es wäre wirklich schöner. Ich hätte das niemals erzählen sollen hier. Aber wie gesagt, ich werde es allen Leuten madig reden, die dort sind. Also ich werde einfach von innen den Feind zerstören. Du wirst in jedem Fall darauf angesprochen werden. Das ist jetzt schon mal klar. Ich freue mich auch. Stadion, Samstag. Unterführendlich gegen den Club. Oh ja, gegen Nürnberg. Gab es lange nicht mehr. Ich war auch auswärts diese Saison schon in Nürnberg. Das war schon sehr schön. Und habe seit gestern auch natürlich ein Ohrwurm von Die Legende lebt. Eine der besten Stadionhymnen, die es gibt. Davon habe ich eh ein Ohrwurm seit der Elffreunde Weihnachtsfeier. Oh ja, ja. Da habe ich aber eher noch eine Ohrwurm von SG Wattenscheid 09. Das war auch wunderbar. Kleiner Schwank aus der Redaktion hier. Lotti Hermel, Social Media-Kollegin und ich, haben neulich SV Babelsberg 03 irgendwie. Also Lotti meinte, sie war bei Babelsberg und hat seitdem SV Babelsberg 03 in dieser SG Wattenscheid-Melodie irgendwie im Kopf. Und jetzt jedes Mal, wenn ich so einen Babelsberg-Sticker, was ja in Berlin durchaus mal vorkommt, irgendwo sehe, habe ich das auch im Kopf. Stark. Sehr, sehr gut. Also verbringt doch eure Ostertage auch damit, Stadionhymnen umzudichten, wenn ihr wollt. Wir wünschen euch in jedem Fall viel Spaß beim Fußball, schöne Ostertage, in welcher Form ihr sie auch verbringt. Vielleicht macht ihr auch sowas, was Kropper hier gerade nochmal zeigt. Wir sehen. Bitte nimm uns nochmal mit. Mit dem FC Augsburg-Auswärts-Trikot-Gedächtnistribünen. Oh ja, stimmt. Ja, das hat uns Jan geschickt gestern, verspätet zur Kurvenschau. Ich finde es aber tatsächlich eine der aller, aller schönsten Einsendungen, die wir überhaupt jemals hatten. Guck mal, mit der kleinen Kirche. Man sieht im Hintergrund sogar noch ein bisschen mehr. Das ist die erste portugiesische Frauenliga auf Madeira. Dann hier immerhin eine Menge Begeisterung damit ausgelügt. Schickt gerne eure Fotos ein für die Kurvenschau, auch gerne eure Videos. Zum Beispiel Jörg NBG, der schreibt in Berlin im Stadion gegenüber von Luis, dementsprechend denke ich im Nürnberger Gästeblog. Viel Spaß. Macht euch wie gesagt schöne Ostertage. Montag nur für den Hinterkopf und morgen natürlich auch kein Themenfristig. Ja, klar, weil Feiertag. Gebt ein paar Daumen für alles. Für Oliver Kahn. Für Oliver Kahn, für Ostereier, würde ich sagen. Nee, sowieso. Für dieses fantastische Bild. Und gerne auch, Gropper zeigt sie gerade im Stream, genau. Und natürlich auch den Shoutout, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Gebt auch gerne einen Daumen für die Rückkehr. Der Herr wird auferstehen. Der Doppelsex Podcast. Am Ostermontag kommt eine Sonderfolge. Ich freue mich sehr drauf. Ganz liebe Grüße. Und da vielleicht auch nur kurz wirklich zum allerletzten Abschluss eine Bitte in die Runde. Der Doppelsex Podcast, wer ihn nicht kennt, es gibt noch so ein paar Folgen. Online kann man gerne mal reinhören. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele eben nicht mehr. Der Katalog ist weg. Wenn es Leute da draußen gibt, die diese Folgen gesichert haben, in weiser Voraussicht, meldet euch gerne. Luis, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Dieser Aufruf, du bist nicht der Erste, der diesen Aufruf startet. Aber ja, ganz, ganz liebe Grüße. Auch in diese Richtung. Und vor allem auch an Tobi Ahrens, mit dem das, glaube ich, von uns allen am meisten mag. Sein Zitat, gestern war ja auch, Ostern und Weihnachten fallen in diesem Jahr auf einen Feiertag. So sieht es aus. In dem Sinne, macht euch schöne Feiertage. Wir sehen uns dann Dienstag wieder. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.